Ich grüße Dich hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Und heute geht es um die Urkodes und das Event. Alles geht jetzt schneller. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mich inzwischen hinsetze, um einen neuen Podcast zu verfassen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Denn in der aktuellen Informationsdichte, die jetzt wirklich auch die energetische Ebene erreicht hat, für alle sichtbar und spürbar, da kommt man kaum mehr hinterher, alles aufzuzählen, was in der Welt so geschieht. Und ich poste da ja auch ganz viel in meinem Telegram-Kanal. Bitte schaut da rein, wenn ihr da noch mehr braucht. Und ja, fangen wir einfach mal an. Natürlich sind die starken Sonnenstürme, Sonnenflares, Sonneneruptionen mit unglaublicher Energiefreisetzung zu erwähnen. Da schwächt sich das Erdmagnetfeld immer weiter ab, wird instabil, die Pole ionisieren sich immer mehr und die ganze Energetik zeigt anhaltende, nachhaltige Folgen. Wie zum Beispiel, ja, das ist jetzt sehr fachlich, aber auch völlig neue Protonenpositionen, völlig neue Muster der Schumannwellen, zu denen alle Experten sagen, sowas gab es vorher nie. Und natürlich auch die ganzen Äußerungen von Mutter Erde, wie weltweite Überschwimmungen, Vulkanausbrüche, Erdbeben und vieles mehr, worauf ich ja schon in dem Podcast mit den Dreiecken eingegangen bin. Ja, dann ist natürlich auch CERN in der Schweiz wieder an, und zwar schon recht lange, auf Hochtouren einige Wochen, viele sehen das als hochgradig, verantwortungslos, was es wahrscheinlich aus einer bestimmten Sicht auch ist. Auch die Habanlagen sind an, das ist auch nachgewiesen, also das kann man nachlesen. Und natürlich erwähnen dann manche natürlich auch, dass zum Beispiel die Polarlichter, die überall auf der Welt oder vor allem jetzt eben in Ländern, in denen man sie normal nicht sieht, gesehen werden, dass die künstlich erzeugt wurden. Die gehen ja auch runter bis nach Süddeutschland, bis in die Schweiz, auch in Italien und so weiter, gab es schon welche, also das ist schon ungewöhnlich. Meiner Meinung nach, also ich sage mal so, das wäre noch lange nicht alles, was ich jetzt aufzählen kann, aber ich will auf gar keinen Fall den Anschein erwecken, dass ich hier heute eine Katastrophe ankündigen möchte, denn das wäre ganz und gar nicht richtig. Wichtige ist zu verstehen, dass es real ist, dass vieles passiert und dass die Erde sich enorm wandelt, was nicht ohne solche größeren Äußerungen einhergeht. Aber wer den größeren Blick hat und um den großen Zyklus, um das Weltenjahr weiß und um den Eintritt in das neue, höher schwingende Zeitalter, worüber ich schon so viel gesprochen und geschrieben habe, der hat auch jetzt keine Angst davor. Denn selbst wenn jetzt Hab an ist und CERN an ist und überall irgendwie gezündelt wird, egal ob auf politischer oder energetischer Ebene, so befinden wir uns eben tatsächlich mitten in einem so großen galaktischen Wandel, dass menschliche und auch technische Eingriffe nichts mehr daran ändern können, dass die Richtung klar ist. Im Gegenteil, aus kosmischer Sicht ist das alles Teil davon. Weißt du, das gibt nicht hier den Weltenwandel und da CERN, sondern CERN und HAARP und all das ist Teil des Wandels und gleichzeitig auch irrelevant. Es gehört dazu und es hat doch keine Kraft mehr, die wir jetzt irgendwie erwähnen müssen. Es geht rein nur noch um die Wahl der Zeitlinien, über die ich auch schon oft gesprochen habe, zuletzt im Podcast Déjà-vu. Also alles, was da noch stören will, kann irgendwo noch stören und auch noch verstören, aber alles Schlimmere wird, ja man kann sagen, von höheren Mächten, die wir sind, verhindert. Und doch zeigt es sich zur Zeit, ich spüre es immer deutlicher, dass eine Art Event kommen wird. Also ein Übergang, der vielleicht wie so eine größere Treppenstufe ist, wo wir bisher immer so kleinere genommen haben. Also nicht nur immer so wie bisher so langsam und schleichend, sondern es kann sich auch mal ein größerer Shift zeigen. Kommen wir erstmal zu den Auswirkungen, die wir alle spüren und beobachten können, denn das elektromagnetische Feld der Erde ist ganz eng mit uns Menschen verbunden. Wir sind ja elektromagnetische Wesen und es hat die Erinnerung der Erdgeschichte der letzten paar tausend Jahre gespeichert. Und diese Erinnerungen, die werden jetzt nach und nach freigegeben, wobei natürlich alles Niedrigschwingende entlassen wird, weil es nicht mehr zur neuen Schwingung passt. Und aber auch dann die hochschwingenden Erinnerungen, da komme ich nachher noch dazu, die Urkodes wieder sich öffnen für uns. Also zum einen können wir veränderte Schlafmuster und natürlich Stimmungen bei den Menschen beobachten, sicher auch bei uns selbst. Also viele Menschen, und das ist auch bei mir teilweise so, liegen nachts einfach stundenlang wach. Vor allem, wenn besonders hochgradige Sonnenstürme bei uns ankommen. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich nutze diese Stunden dann ganz bewusst zur Meditation. Ich schwinge mich ein auf die neuen Energien, schreibe an meinem neuen Buch. Und da kommt so vieles rein. Wir können wirklich mit den Wellen mitreiten. Das Einzige, was einen da eigentlich blockieren kann, ist, dass man denkt, oh Mensch, ich muss doch schlafen, ich muss doch morgen früh wieder aufstehen, ich muss doch den Tag irgendwie bewältigen. Aber vielleicht hast du auch schon gemerkt, wenn es dir auch so geht, dass das gar kein Problem ist. Du bist trotzdem fit. Du bist fit, als hättest du geschlafen. Also mir geht es an solchen energiegeladenen Tagen, wo ich auch die Nächte noch wach bin, da geht es mir trotzdem immer ganz besonders gut. Also ich bin wirklich powerful, ich bin gut drauf, ich bin klar, ich bin tatkräftig. Und ich sage schon seit Jahren, dass das genau die Energien sind, die wir langfristig bedienen werden. Also wenn wir durch den Prozess durch sind, dann sind wir immer in diesen hohen, kraftvollen Energien. Und ja, es ist eben immer eine kollektive, aber auch eine persönliche Aufgabe, uns da einzuschwingen. Und manche Menschen, die jetzt eben einfach schon gut aufgeräumt haben, also die ihre alten niedrig schwingenden Traumen, Muster und Begrenzungen gut transformiert haben, die sich von toxischen Beziehungen und so weiter befreit haben, die schwingen sich natürlich viel leichter ein, beziehungsweise die sind da schon drin in der höheren Schwingung, als die anderen, die jetzt eben gerade noch was zu tun haben. Und ich habe schon lange gesagt, die werden einfach jetzt eingeladen, nach innen zu schauen und zu gucken, was kann ich da in mir lösen, damit ich im Außen besser klarkomme. Inzwischen kann man vielleicht statt Einladung sagen, sie werden sanft dazu gezwungen. Und das löst natürlich unterschiedlichste Stimmungen aus. Der eine ist traurig bis depressiv, der nächste ist eher aggressiv und der nächste möchte nur noch schlafen. Jeder hat da seine Hausaufgaben zu machen in dieser Zeit und wer diese Energien als freundliche Einladung, als Hilfe, als liebevolle Energietherapie versteht und nutzt, der kann wirklich ganz tiefsitzende Themen jetzt ganz schnell und nachhaltig auflösen. Also genau genommen zeigt sich, wenn es einem an solchen Tagen nicht so gut geht, da zeigt sich einfach alles, was jetzt nicht mitschwingen kann, was nicht in die höhere Schwingung mitgenommen werden kann, was losgelassen werden muss. Und sobald es angenommen wird, beleuchtet, transformiert, ja manchmal noch mit Vergebung oder was auch immer nötig ist, dann steigt es aus dem dunklen Keller ans Licht und löst sich direkt im Licht in der hohen Schwingung auf. Und das merkt jeder Mensch in sich selbst. Selbst, ja, immer wenn etwas unerlöst ist, jeder kann das merken. Und das sehen wir natürlich auch auf der Bühne des Lebens in Form von stimmungsgeplagten Mitmenschen und natürlich auch, wenn wir weiterschauen, in all den Krisenherden zwischen bestimmten, ja, ich will nicht sagen Ländern, sondern Machthabern. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es letztlich eine Reinigung ist, und zwar eine, die jetzt immer schneller geht. Darauf will ich hinaus. Wo noch vor ein paar Jahren von Hand geputzt wurde, da ist jetzt der Dampfstrahler unterwegs. Also es geht wirklich viel, viel schneller. Wir müssen diese Prozesse also nicht ewig machen. Und wir müssen auch nicht diese Schwingungserhöhungen irgendwie durchstehen und über uns ergehen lassen, sondern wir können es wirklich aktiv und bewusst angehen. Wir können aktiv wählen, jetzt frei und in der höchsten Schwingung zu Hause zu sein. Und dass es am schnellsten geht, wenn wir auf Herzbasis agieren, das habe ich ja auch schon ganz oft erklärt, auch in all meinen Podcasts zum Herz. Und irgendjemand hat mir da mal einen schönen Spruch geschickt, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Von Kopf zu Kopf ein langer Weg, von Herz zu Herz ein kurzer Steg. Ich glaube, das dürfen wir einfach so mitnehmen. Ich finde das ganz, ganz schön und wichtig. Ja, kommen wir zu den Portalen und der enormen Bewusstseinserweiterung, die wir gerade erleben dürfen. Und ich weiß, es wird in vielen Kanälen und schon seit vielen Jahren immer wieder von Portalen gesprochen und auch jeden Monat gibt es ein Portal. Aber selten merkt man eigentlich wirklich was davon. Also mir scheint manchmal, dass es schon so ein bisschen so ein Modewort geworden ist, dass sich jeder irgendwie ins spirituelle Vokabelheft geschrieben hat. Und bitte euch da auch, steigt nicht immer auf alles ein, sondern bleibt einfach bei euch und guckt auch, hey, was resoniert da mit mir? Ist das wirklich so? Weil das ist schon so ein bisschen wie das Tageshoroskop, weißt du, dass du dann am einen Tag, wenn du liest, oh, das ist jetzt kein guter Tag, dann bist du down und am nächsten Tag soll es ein ganz toller Tag für dich sein. Du bist Schöpfer, du manifestierst, ja. Aber um zu den Portalen zurückzukommen, tatsächlich zeigen sich in den letzten Wochen ganz verstärkt wirklich große Portale, wo jetzt die Sonnenenergie so stark geworden ist. Da ging das so richtig los und wir sollten verstehen, was es damit auf sich hat. Ich habe schon ganz oft auch darüber intensiv gesprochen und geschrieben, geschrieben hauptsächlich in meinem Buch Involution. Es geht um die ganz besonderen Frequenzen, die unsere Multidimensionalität aktivieren und genau da sind wir jetzt drin. Es kommen Frequenzen aus der Sonne auf die Erde und eben durch diese Sonnenstürme, die in aller Munde sind, extreme Sonnenenergien, wirklich extrem starke und gerade jetzt durch das geschwächte Magnetfeld treffen die natürlich immer stärker auf unser Energiesystem und unsere DNS. Und was passiert dabei? Unser ganzes Energiesystem, unsere ganze DNS, unser innerer Code sozusagen, wird an seine göttliche Ordnung erinnert. Und in dieser göttlichen Ordnung der DNS ist praktisch alles gespeichert, was die Menschheit an Wissen und Weisheit, an Erfahrung, an Gaben, auch aus anderen hochschwingenden Zeitaltern erinnert. Wir müssen nicht alles neu lernen, verstehst du? Wir gehen jetzt nicht als Erstklässler in das neue Zeitalter, sondern wenn wir in diese Schwingung reinkommen, dann wird immer das, was in dieser Schwingung zugänglich ist, frei für uns. Das heißt, wir lernen es nicht, wir wissen es und wir erinnern uns wieder. Es ist alles in uns und es wird jetzt nach und nach erweckt, wenn wir es erlauben und eben auch diese Treppenstufen mit hochspringen. Und auch wenn es manchmal noch irgendwie unglaublich klingt, dann ist es wirklich möglich, dass durch diese Aktivierung, dieser Urkotz in uns, sozusagen ein Reset in uns stattfindet. Und zwar ein Reset auf unsere Blaupause. Also das ist wie auf Werkseinstellung zurücksetzen, so wie wir mal hierher gekommen sind, bevor wir all die Traumen, Krankheiten, Verstrickungen, 3D-Realitäten und so weiter angenommen und erlebt haben. Also unsere Blaupause, das ist unsere Urstruktur, unsere ganz eigene göttliche Ordnung. Und wenn wir dann von Heilung sprechen, dann ist Heilung nicht ein Prozess, sondern dann ist das spontane Gesundheit, die einfach so schnippt von heute auf morgen da sein kann, wenn wir in eine neue Phase unserer Entwicklung, unserer Erinnerung an die Urstruktur hineinfließen. Also dann geht es auch nicht mehr um Entwicklung, sondern um spontanes Bewusstsein. Das kann dir überall passieren, dass du einfach so wo stehst und du merkst, ich bin erleuchtet. Über Erleuchtung werde ich mal noch extra was machen, weil das wird auch total verzerrt teilweise dargestellt. Aber bleiben wir mal hier. Es bedeutet auch, wenn du mal an jemanden denkst, dass es ganz neue Dimensionen annimmt. Also du denkst dann nicht nur an jemanden, sondern du hast diesen jemanden dann direkt in deinem Feld, weil du lädst ihn ja ein mit deinen Gedanken und auch derjenige hat dich in seinem Feld. Das ist das Neue sich anrufen, verstehst du? Der andere spürt dich, hört dich und du spürst und hörst ihn auch. Und so könnt ihr miteinander kommunizieren. Das kann auch sein wie so eine Art Hologramm, das sich dir wirklich zeigt, in deinem Zimmer oder da, wo du eben gerade bist, das in dem Moment entsteht, wenn wir beginnen zu interagieren. Und zwar gemeinsam. Du kannst natürlich nicht jeden als Hologramm hernehmen, den du gerade da haben willst. Da wäre Brad Pitt oder sonst wer, wahrscheinlich überall Spaß. Sondern wenn ihr gemeinsam, also du rufst an und der andere beantwortet deinen Anruf sozusagen, dann kann das auf dieser intensiven Ebene jetzt weiterlaufen. Und ich kenne das alles schon lange und diese Information jetzt ist, dass das immer mehr Menschen jetzt erleben können. Aber wir müssen dafür bereit sein. Das bedeutet, wenn sich so ein Portal auch in deiner Wahrnehmung öffnet. Und es kann wirklich ein bisschen aussehen wie so ein Portal, das du durchschreiten sollst. Manchmal kommt es auch nachts und es sieht dann wirklich so aus wie Sternenhimmel und da ist so eine Art Kreis, durch den du hindurch gehen darfst, wie auch immer. Und dann geht es wirklich darum, sitz nicht nur staunend da, was du da wahrnimmst, sondern wähle jetzt ganz bewusst, ob du hindurch gehst oder nicht. Und vielleicht nimmst du da noch letzte Unsicherheiten wahr oder Ängste wahr und kannst du direkt inklusive aller Ursachen transformieren. Und dann kannst du wählen, hindurch zu gehen. Und ja, ich kann dir nur sagen, das ist eine enorme Bewusstseinserweiterung, die jetzt manchen Menschen, wie gesagt, vor allem in den nächtlichen Wachstunden angeboten wird. Und es bedarf deiner bewussten Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Mir wurde neulich auch so ein Portal angeboten und nach ein bisschen hin und her habe ich Ja gesagt und ich kann dir nur sagen, das, was du dann erleben kannst und wie es dich auch, ja, wie soll ich sagen, sofort, aber auch langfristig verändert, das ist unbeschreiblich. Also ich glaube, ich bemühe jetzt gar nicht die Worte dafür, vielleicht kommen die in einem anderen Podcast dann mal von alleine. Erfahrung geht definitiv über Theorie. Ja, und dann gehen wir noch zur neuen Matrix, zum neuen Magnetfeld. Also im aktuellen Wandel, da geht es ja auch darum, dass wir die alte Matrix verabschieden und eben einen großen Wechsel in die neue Matrix, ins Christusbewusstsein vollziehen. Und dabei, und das kann eben, wie gesagt, auch eine Art Event sein, also eine Art Shift, wo es mal ein bisschen schneller geht, also wo wir alle relativ schnell unsere Realität verändern. Denn dabei wird eben auch das alte Magnetfeld, das inzwischen ja schon sehr schwach geworden ist, ganz heruntergefahren und sozusagen gelöscht. Das ist das, was ich auch immer als Angstmatrix beschreibe und womit wir auch ganz aktiv transformierend arbeiten können. Und wenn also dieser Wandel dann vollständig und ein für alle Mal vollzogen wird, dann kann es sein, dass wir, also ich betone, im positiven Sinne für eine Weile ausgenockt, im Sinne von ausgelockt aus der alten Matrix und noch nicht komplett eingeloggt in die neue Matrix sein können. Wer schon komplett die neue Matrix lebt, der wird es gar nicht mitbekommen. Der wird nur an den anderen sehen, ah cool, da hat sich wohl was getan. Aber wer eben noch zwischendrin ist, der kann wirklich dadurch, es ist, weißt du, wie wenn du, sagen wir einfach mal der Einfachheit halber 20 Fernsehprogramme zur Verfügung hast, 10 davon bedienen noch die alte Welt und 10 davon bedienen noch die neue, bedienen schon die neue Welt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn du die alle noch aktiv hast, dann kommt es darauf an, wo du gerade reinzeppen willst, dann werden einfach manche Programme dunkel sein. Die funktionieren nicht mehr. Da kommt nur noch Ameisenkrieg, sagt man, glaube ich. Und das bedeutet für dich einfach nur, hey, okay, ich wähle das andere Programm. Aber es ist eben im echten Leben manchmal nicht so einfach wie an der Fernbedienung, wo du einfach nur sagst, okay, da läuft Ameisenkrieg, dann mache ich was anderes rein, sondern es geht um das Bewusstsein in dir, dann wirklich nicht in Panik zu gehen, sondern ganz ruhig zu bleiben und zu sagen, okay, das hier gibt es nicht mehr, ich wähle ganz bewusst neu. Das ist eine Riesenchance. Das ist großartig. Aber ich möchte es dir einfach so erklären, damit du, wenn das kommt und niemand weiß, wann das kommt, das kann morgen sein, das kann im Sommer sein, im Herbst sein, im Winter sein oder auch erst in drei oder fünf Jahren. Aber erfahrungsgemäß, wenn ich beginne, über Dinge zu sprechen, wenn sich mir Dinge zeigen, die ich hier auch in den Podcasts verarbeite, dann ist es nicht mehr so weit weg. Also dann sprechen wir nicht von mehreren Jahren, sondern eher von, ich sage mal, vom nächsten Jahr. Aber bitte nehmt das nicht als Zeitangabe, das ist einfach nur meine Erfahrung der letzten Jahre. Ja, und dieser Zustand, von dem ich da spreche, wenn du also da so zwischendrin bist, das kann auch sein, dass man dann wie teilweise schläft. Und es kann auch sein, dass die drei Tage Dunkelheit, von der ja viele Seher, auch Alois Irrmeier und so weiter gesprochen haben, dass die so gemeint waren, dass wir in einem tief meditativen und erkennenden Zustand sind und Dinge sehen und erkennen, die wir bisher nicht erkennen konnten. Und es kann eben auch sein, dass es über unsere Augen dunkel wird, dass die Augen sich verändern, denn die hängen am Magnetfeld. Und wenn das alte Magnetfeld runterfährt und dann irgendwie ein neues Magnetfeld wieder hochfährt irgendwann, dann kann es natürlich sein, dass unsere Augen auch neu formatiert werden. Und mir zeigt immer wieder so der innere Blick, das ist wie wenn man im Dunkeln sehen kann, wie wenn dann Dinge beginnen im Dunkeln zu leuchten. Weißt du, wie wenn du durch so einen dunklen Wald läufst, aber der Weg hat so leuchtende Linien und die Bäume leuchten und die anderen Menschen leuchten. Also du kannst sie irgendwie sehen, wenn auch nicht so wie normal. Und ich habe immer wieder auch im Podcast das Wort entrückt aus der Bibel herangezogen, weil mir eigentlich erst in den letzten, ja ich sage mal eineinhalb Jahren klar geworden ist, dass wir uns in dieser Zeit befinden und wie das eigentlich gemeint ist, diese Entrückung. Darüber habe ich auch nochmal im Podcast Déjà-Vus und Zeitlinien Neuformatierung gesprochen. Den verlinke ich hier auch nochmal. Hören die gerne an, wenn du hier nochmal tiefere Erklärung brauchst. Ja und dieses Event, das da immer wieder auch so, ja es kann ja auch Ängste auslösen und ich lese dann auch im Internet, wie dann manche sagen, es gibt Refugien, du kannst hier und da anhand der alten Prophezeiungen herauslesen, wo es am schlimmsten sein könnte oder wo etwas passieren könnte und wo es sicher sein könnte. Ich sage ganz klar, sowas macht gar keinen Sinn. Halte einfach dein Magnetfeld. Weißt du, in dieser gewohnten irdischen 3D-Realität, die wir ja schon verlassen, da denken manche Menschen noch, dass sie woanders hingehen können, um sicher zu sein. Vor allem im Hinblick auf den möglichen Polsprung, den ich ja auch immer wieder angesprochen habe und da werde ich auch demnächst nochmal einen aktuellen dazu machen. Aber genau dieses Streben nach Sicherheit im Außen, das ist ja die Angstmatrix, die wir jetzt verlassen. Also das ist eine total eingeschränkte Sicht, denn wir nehmen uns selbst ja immer mit. Es ist ja eigentlich eine Entscheidung auf Schwingungsebene und nicht auf äußerer Ebene. Das Phänomen Zeit und auch das Phänomen Ort, also die Raumzeit, das ist sowieso völlig anders, als wir bisher dachten und je höher wir schwingen, umso mehr begreifen wir, dass wir hier von Dimensionen sprechen. Und wenn wir uns hier in die nächste Dimension entwickeln, dann werden wir all das aus einer höheren Perspektive wahrnehmen. und ja, das sieht dann alles ganz anders aus. Also du kannst dann wenig Unterschied zwischen verschiedensten Zeiten, Epochen und Orten feststellen, weil das alles Erfahrungsebenen sind, die wir irgendwann mal gewählt haben und die alle ineinander greifen. Und wenn wir also mit unserem 3D-Verstand jetzt an die Sache rangehen, dann kommt es eben schnell dazu, dass wir glauben, es gäbe sogenannte Refugien. Und ich möchte gar nicht ausschließen, dass es natürlich sicherere und unsicherere Orte gibt auf dieser Erde. Wir sehen ja, dass es gerade Veränderungen gibt, Kriege, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und so weiter. Natürlich gibt es da sicherere und unsicherere Orte. Also im Sinne von ich will hier bleiben und nicht sterben, weil sonst ist ja eh egal. Aber ob wir an einem solchen Ort dann sein werden, das wird ganz bestimmt nicht durch unseren Verstand und ganz bestimmt nicht durch eine solche Analyse gesteuert, sondern diese Führung, die kommt aus unserer Seele. Wenn du gewählt hast, diesen Wandel in diesem Körper zu vollziehen, also dabei zu sein, dann wirst du auch unversehrt bleiben, egal wo du da gerade bist. Und zu diesem Thema gibt es übrigens auch ganz interessante Bibelstellen, die dann zum Beispiel besagen, dass in ein und derselben Nacht zwei Menschen im Bett liegen, der eine wird es schaffen, der andere nicht. Oder zwei Menschen auf dem Felde, der eine wird mitgenommen, der andere nicht. Solche Aussagen stehen in der Bibel. Und da ist es doch völlig klar, dass es nicht der Ort ist, der entscheidend ist für das, was mit uns geschieht, sondern unsere Herzensqualität, unsere Seelensignatur. Es steht auch in der Bibel, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird. Mir geht es da überhaupt nicht von Bewertungen. Die Spreu ist genauso wertvoll wie das Korn, weil das eine ohne das andere gibt es nicht. Aber wenn es um den Blick in eine neue Zukunft geht, in wirklich eine neue Welt in höherer Energiequalität, die vedisches Leben wieder möglich macht, liebevolles Miteinander, also Wahrhaftigkeit unter den Menschen, ohne Konkurrenz, ohne Lüge, im Einklang mit der Natur, mit dem Kosmos, im natürlichen Fluss, mit all den Rhythmen und Zyklen, dann muss ich ehrlich sagen, dann ist mir schon klar, wenn ich in die Welt so hinausblicke, dass das derzeit nicht für jeden Erdenbewohner passend ist. Und ich sage ganz bewusst nicht für jeden Menschen. Und deshalb ist es dir auch, ja, erscheint es dir vielleicht auch logisch, wenn ich das so sage, dass die Menschen, die noch nicht bereit sind für so eine Lebensweise, lieber noch eine Inkarnation in einer anderen Schwingung, in einer härteren, dichteren Schwingung wählen werden. Im göttlichen Sinne ist das alles in Ordnung, weißt du? Und gleichwertig, im Sinne auch von gleichgültig. Und auch darüber hatte ich schon ausführlich gesprochen, ich wiederhole mich nicht. Halte dein eigenes Magnetfeld. Das ist mein Schlusswort dazu. Das alles hört sich vielleicht manchmal beängstigend an, vor allem, wenn man jetzt noch nicht so viel dazu gelesen und gehört hat und einfach das umfassende Wissen noch nicht hat. Ich kann nur empfehlen, eigne es dir an, indem du wirklich aufholst, Podcasts hörst, Bücher liest und wirklich schaffst, dass du so herzoffen wie nur möglich durch all die Prozesse gehst. weil dann verändert sich die Sicht darauf. Also bei mir ist es so, ich freue mich total auf alles, was kommt. Ich sehe all dem mit freudiger Gelassenheit entgegen. Aber ganz egal, wo du gerade bist, du kannst Tools nutzen. Wenn du die multidimensionale Erdung, die gibt es in meinem YouTube-Kanal, regelmäßig machst, vor allem, wenn du dich verwirrt und instabil fühlst. Wenn du die Toresaktivierung machst, auch die findest du kostenlos in meinem YouTube-Kanal und grundsätzlich an deiner Herzzentriertheit und inneren Liebe arbeitest, wenn du im Vertrauen bleibst, dass alles, was jetzt geschieht, dazugehört und dass das Leben immer für dich ist, dann kommst du gut durch diese Zeit. Und wichtig ist einfach, dass du wirklich in dir und bei dir bleibst. Die Herzzentrierung ist wirklich alles in dieser Zeit, weil dann hältst du dein eigenes Magnetfeld, auch wenn das Äußere runterfährt. Du kannst es dann trotzdem halten in dir. Also egal, ob der Wandel jetzt innerhalb weniger Tage geschieht, das Event sozusagen, oder in längeren Etappen, dieser Tipp gilt immer. Und du wirst dich in der kommenden Zeit höchstwahrscheinlich immer mehr erinnern und viele Dinge vielleicht auch einfach von dir aus selbst tun, ohne Anleitung, weil du dich erinnerst. Und vielleicht erinnerst du dich auch daran, dass du diesen Wandel nicht zum ersten Mal durchlebst und vielleicht auch daran, wie es damals war oder wer bei dir war und jetzt wieder an deine Seite gehört. Oder auch ganz pragmatisch, wie du dich jetzt am besten verhältst. Es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, von dem keiner bisher erzählt hat. Das Leben ist ein durchgehendes Wunder und ja, es ist ein Risiko, aber aus Seelenebene ein Überschaubares. Wenn du das Leben spielst, dann kannst du nur gewinnen, auch wenn es dich auffordert, einen Verlust zu riskieren. Du bist nicht hier, um zu existieren. Du bist hier, um zu leben, um lebendig zu sein. Lebe dieses Leben, als wäre es das Einzige, das zählt. Denn so ist es. Bis bald. Hab eine gute Zeit. Where you and I begin You're my reflection My connection To the world 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 To the world